Hallo Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Verband-Liga-Spiel zwischen der CSGO von Weylo und Heromba und dem Fußballverein Rot-Weiß-Weiler. Bevor wir zum heutigen Spiel kommen, darf ich noch einen kleinen Nachricht zum Sinn machen. Und gestern haben bereits unsere zweite und dritte Mannschaft gespielt. Leider war alle Startenwochenende nicht sehr erfolgreich, so hat unsere dritte Mannschaft in Bartholmé 2 zu 1 verloren. Und unsere vier 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 Mannschaft unterlag leider der DOK-SG-Spartverzug 1 zu 0. Wir hoffen natürlich, dass heute unsere erste Mannschaft, unsere Vomatzlingermannschaft, das Ganze wenden kann zum Guten für dieses Wochenende. Wir wünschen der Mannschaft recht viel Erfolg und natürlich ein schönes Spiel Ihnen für die Zuschauer. Ich danke nun die Spieler, die Aufstellung des heutigen Tages bekannst Ihnen. Gästenträger Uwe Neckmann beginnt heute mit seiner Nummer 1 im Tor, Lasse Fink. Mit der vier vierten Spiele, Pölmin Fink. Die Elf der Kapitän Raimond Hebe, die zwölf trägt Neon Dongol. Mit der vierten Spiele, die David Ristmann. Die fünsten trägt Wachim Draff. Die 17 Tim Uelshöfer. Mit der 18 spielt Pern Baza, mit der 20 Jonathan Hartmann, mit der 24 Michael Riedesser und den 3.3 trägt Michael Schmied. Unser Trainer Patrick Faber stellt heute die erste Rf wie folgt auf. Mit der Nummer 1 im Tor Joshua Barbs. Die 4 trägt Fabian Janik. Mit der 5 spielt Cornelius Fichtner. Die 10 trägt Daniel Remboldt und ihm gratulieren wir nachträglich noch recht herzlich zu seinem Geburtstag. Er hatte ja am vergangenen Donnerstag seinen 32. Geburtstag. Wir wünschen ihm alles, alles Gute und natürlich ein gutes Spiel insbesondere für heute. Die Nummer 14 trägt Oliver Rieger. Unser Kapitän, die Nummer 16, Johannes Rief. Die 17, Dino Nuhanovic. Mit der 18 spielt Simon Lechleipner. Mit der 21 Julian Köhnlein, unsere 23 Nico Zahner und mit der 24 Melko Miloikovic. Das Spiel wird geleitet vom Hans-Schiedsrichter John Pömer, der assistiert wird von seinen Kollegen Stefan Nährlich und Yunus Kunstreich. Ich wünsche Ihnen ein schönes und spannendes Spiel. Ich wünsche Ihnen ein schönes und spannendes Spiel. Ich wünsche Ihnen ein schönes und spannendes Spiel.